ja so jetzt müssen wir da auf die Sterne warten wir hätten hier in den so hin gehen müssen ach ist das schön noch mal hier das ist die falsche Richtung ach das ist die ah sie ist ja verschlossen das ist die Kiste von der alten Frau kommt von der anderen Richtung eigentlich weit Bier ok wow hey Renia was daran was los ich bin doch hier richtig wieso mache ich das Spiel kaputt ich habe keine Ahnung was ich mache ich mache es in meinen Augen richtig ja und was willst du damit sagen come on oh man kommt von der anderen Seite da rein warte mal welche Überraschung ich ich wie man kommt von der anderen Seite rein muss ich jetzt warte mal also soll ich jetzt wieder weg gehen ja Tobi ist wirklich überfordert ja du stehst am Ausgang ach gut wo soll ich dann hin soll ich dann wo ist dann der Eingang also ich dachte man man kommt hier einfach rein mit der Seilrutsche naja ok ähm na gut dann werden wir jetzt mal nicht hier die Quest machen sondern irgendwas anders ähm da 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 dann können wir ja gehen wir mal nach oben und such den Eingang aber du hast doch gesagt dass du ja das mit der Seilrutsche machen soll äh äh starte einfach das Spiel neu ich glaube auch ähh so ok also so also das ist äh die Sternending wahrscheinlich soll ich dann hier rein ist ist die so lang könnte sein Ich hab nix von der Höhle gesagt. Ja, aber ich davor. Na gut, dann machen wir die Höhle halt von der anderen Richtung, okay. So. Genau, Renja, noch kurz was du verpasst hast. Wir haben das Amulett dann abgegeben, der hat uns, also der Opa, warte, der, also hier haben wir ja das Amulett gefunden, das haben wir dann dem Opa abgegeben. Der hat uns dann das Passwort gesagt zu diesen Wurzeln. Da sind wir dann rein, haben ein bisschen Tee getrunken, hatten eine interessante Erfahrung. Und dann haben wir das Fluss gebaut, weil wir ja zu den Bären dann gehen konnten und das Passwort verraten konnten. Und jetzt sind wir hier drüben. Genau. So. Dann wollen wir mal schauen, wo der Eingang ist, also der richtige, der Vortereingang. Wir waren bei den Hippies, Hedring. Mann, ich hoffe, ihr habt so viel verpasst. Ja, wir, ähm, wir haben gleich um 3 Uhr angefangen. Und nicht erst um 4 Uhr, weil am Anfang waren wir nur zu zweit. Und, also, Flo, Sarah und ich. Und da hätte das Acted Out-Spiel keinen Sinn gemacht. Und jetzt ist der Flo auch weg. Das, äh... Und, äh, auf der Farm. Genau. Bei der Farm haben wir ein paar, also zwei Waisenkindern neues Zuhause gegeben. War auch ganz schön. I'm so sorry. Ähm, alles gut. Alles gut. So. Äh. Dann schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Irgendwo beim, bei einem Wasserfall. Warte, wir sind von, von hier oben. Einfach straight nach rüber. Wahrscheinlich sind wir dann irgendwo hier. Würde ich mal schätzen. Ähm. Dann versuche ich mal kurz da... Warte, wahrscheinlich kann ich hier nicht rüberklettern. Wusste ich doch. Ähm. Äh. Okay, hier ist ein fetter See. Das ist der da. Okay, dann, dann war ich, glaube ich, richtig. Okay, halt. Dann war ich schon richtig. Plupp. So, dann den Weg einfach weiter. Und dann irgendwann kommt eine fette Höhle. Tiefmoorschlucht. Ah, genau. Hier, Tiefmoorschlucht. Ist das der Eingang? Ja, ist es. Gut. Wuuu. Plupp. Ist auch sehr schön hier. Ist voll schön. Weil wir dann ja auch irgendwann... Wahrscheinlich... Du, äh, kommst mal in den Eingang nicht raus. Und versuch die MSB-Vacen. Bitte. Okay. Ich weiß, dass du jetzt das mal wiederum bist. Ich weiß, dass du den Eingang nicht ausklappst. Und versuch die MSB-Vacen nicht. Es wird das was... Und das ist zu tun. Ich weiß, dass du das mal wiederumstest. Ja, na gut, das ist ganz schön, ja. So, das ist wahrscheinlich jetzt die Sternhöhle. Hoffe ich mal. Dann werden wir die mal malen. Wir können die Leinwand einfach neu machen, weil das ist ja alles nicht richtig gemacht. Ja, eine Sternhöhle. Schönes Bild, sehr schönes Bild. So, dann gehen wir jetzt mal zum Ausgang. Tja, gut, ist ganz schön, ja, überzeugt. Das stimmt. So, ich habe eine heiße Quelle entdeckt, anscheinend. Ah, hier. Und sitzen und dann, ich glaube, das war jetzt die vierte. Leere Flasche. War das jetzt die vierte? Aber ich brauche, glaube ich, vielleicht noch was. Ähm. Games-Elect hier. Fünf heiße Quelle. Okay. Da brauche ich noch eine. Da brauche ich noch eine. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Höhle, würde ich sagen. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Ja. Ja, wo wir hier beim Ausgang wohl hinkommen. Hm. Ich liebe es so, wie es dann langsam dunkler wird und dann um die Ecke, bam, ja. Das stimmt, beim Eingang war es, da hat man es ja schon früher gesehen, ja das stimmt. Äh. So. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Und jetzt, äh, müssen wir schauen, dass, äh, also jetzt, äh, die Windmühle nochmal. Und weh, die Windmühle geht jetzt nicht mehr. Oder, äh, geht schon wieder nicht. Aber jetzt haben wir zum Glück wieder genug Erfahrung. Erfahrung. Ähm, Inspiration. Und das sollte jetzt auch gehen. Ah, die, die Sonne ist halt zu krass hier gerade. Es wird dann wieder so richtig hell. Ähm, da gehen wir zuerst, hm. Warte mal. Ich lese mal nochmal. Ähm, also. Sternhülle haben wir jetzt gemacht. Lehmhaus auf dem Land. Äh, das hab ich noch nicht. Äh, Windmühle. Ich kann ja abraten. Nur Auszeichnungen. Eines Tages werde ich ins Tiefmoor wandern. Und echte Windmühlen sehen. Und echte Windmühlen sehen. Ja, und wir sind in der, im Tiefmoor. Äh, also. Hier sind wir gerade. Also hier sind überall, äh. Die Dinger. Windmühlen. Aber irgendwie. Irgendwie. Ähm. Hat es nicht geklappt. Naja, okay. Äh. Dann gehen wir mal zur Ruine. Hoffentlich klappt es jetzt. Asche auf mein Haut. Jetzt müsstest du eigentlich, äh, den, äh, den, äh, Traitor Smiley auf dich machen. Oh, Entschuldigung Schafe. Ähm. Warte, oder ich, ich mach diese Windmühle. Weil die ist jetzt nicht mehr so stark beleuchtet. Versuchen wir mal. Warte, ich kann ja noch eine bauen. Äh, machen. So. Wir, wir machen mal so. Ja, das geht jetzt. Naja, okay. Ist ja auch. Ja, ist ein schöner Ausbilder. Stimmt schon. Ähm. Wupsi. Wie konnte das nur passieren? Ah, schön. So. Dann schauen wir mal, ob wir dieses Mal die Ruine bekommen. Äh, komm mal. Die Ruine war aber eigentlich echt schön, fand. Aber okay. Der Computer ist anderer Meinung. Also, wenn wir das Ganze nochmal mal. So. Ich mach's halt ja jetzt richtig, richtig fett. Ne, das ist... Ne. So. Ach genau. Also, sie haben es Gegengift genannt, aber sie wollten nicht sagen, was dann passiert. So. So. Okay, das wollte er. Okay. Gut. Diese Spinner. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, ähm, das Lehmhäuschen. Aber das habe ich bis jetzt nicht gefunden. Gibt's in dem Spiel auch Gewalt? Kann man Leute versklaven, Länder erobern und Krieg führen? Nein. Dann ist es kein echtes Spiel. Ne, ähm, also in diesem Spiel geht's eigentlich nur darum, also man ist ein Künstler. Ist, äh, in diesem Land gestrandet und versucht, äh, ja, Geld zu machen und so weiter. Also, ist einfach nur künstlerisch, sag ich mal. Strategisch wird's dann wieder am Donnerstag und kriegerisch. So, ähm, genau. Ich wollte mal Lehmhaus auf den Land. Diese kleinen Lehmhäuschen sind bezaubernd. Was? Egliches Lehmhaus inmitten der Landschaft. Hm. 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 Okay, kalt. Hehehe. Echt jetzt? Warte mal. Ja, sieht so aus. Ähm, Moment. Wir machen mal kurz, ähm, den Remote. Primo. Gut. Ah, wow. Ah. Okay. Ähm. Genau, ja, jetzt, genau, müssen wir alles nochmal machen. Ja, cool. Wunderbar, wunderbar. Aber jetzt wissen wir ja, wo's hingeht. Ah, shoot. Das ist jetzt ärgerlich. Aber, Moment. Ähm, Ausrüstung? Okay. Zum Glück, oh Gott. Zum Glück habe ich gerade nochmal geschaut, weil wir haben die Seilroute noch nicht. Also. Ja, hi. Hm. Danke. Yay, nochmal die Höhle. Ja. Zum Glück habe ich, äh, nochmal geschaut, dass wir die Seilroute haben. Äh, immer speichern. Ja. Das Ding ist halt, es, also, das kam noch nie vor. So, dass, das Spiel wirklich, äh, einfriert. Ja. Vor allem halt, mit meinem PC ist das halt echt komisch. Ähm. Good Day. Sagt man das so? Klingt so befremdlich. Ähm, befremdlich. Naja, ist halt, äh, Englisch. Also, Good Day ist, glaube ich, einfach britisch. Sagt ihr auch Good Day? Äh, wiedersehen. Stay safe now. So. Ah, schön. Sehr schön. Gut. Ja, jetzt haben wir wieder nur zwei Inspirationen. Okay. Aber das, das macht ja auch nichts. Also, zwei Inspirationen ist ja. Ähm. So. Oh, schön, schön. Oh, schön, schön. Oh, ist bitteschön. Ja, ja. Naja, Hauptsache, der Streamer ist nicht eingefroren, ne? Ah, das war letztes Mal auch lustig. So. Ja. Paul Engel. So. Süße. Ah, cool. Jetzt, stimmt. Jetzt können wir ja wieder, ähm, die Box ein, einholen. Äh. Äh. Ja, hopp. Fuck. So. Aber zum Glück, ähm, hat der zwischendurch gespeichert, weil jetzt noch mal zwei Stunden spielen, ah jeje. Wäre ein bisschen heftig. Hup. Hm. So, kurz was trinken. Dann würde ich einfach sagen, ähm, dass wir heute einfach, ähm, hier das, äh, einfach bis fünf, äh, ein bis sechs durchspielen. Und act it out machen wir dann, äh, nächsten Freitag wieder mit, äh, Flo, also, er mag das ja auch immer gerne. Wenn der Flo wieder dabei ist. Und dann geht's auch mehr ab, glaube ich. So. Es sei denn, ihr wollt's halt, ähm, Freitag? Ne, äh, Montag. Also nächste Woche. Ähm, es sei denn, ihr wollt's, äh, jetzt unbedingt spielen, dann machen wir's natürlich. Plup. Oh, ich schwebe über die Steine. Das ist wunderbar. So. Apropos, ähm, am Donnerstag, äh, ach, verdammt. Spielen wir nicht nur... Verwirrter Tobi ist verwirrt. True, true. Ne, äh, nächsten Donnerstag spielen wir nicht nur Rome Toad War, sondern auch ein... anderes, cooles Spiel. Was, äh, bisschen actionreicher ist. Also, damit die anderen auch... auf ihre Kosten kommen, sag ich mal. Also für mich passt das so. Okay, alles klar. Dann spielen wir... das jetzt mal durch. Nein, nicht durch, aber... alles was man. So. Äh, die, die Bäume hier sind so krass pink, ne? So heftig. So, dann. Ganz dünnes Eis. Also, ähm, für mich hat das wirklich nicht zu wenig, äh, Aktion. Keine Sorge. Aber, ähm, ja. Viele, die, ähm, Rome nicht kennen, bei Kyrie ist es halt einfach nur spartanisch, was jeder macht. deswegen, damit die ja, äh, auch, äh, Spaß haben am Let's Play, meinte ich. Wuhuuu. Platsch. So. Jetzt nochmal ein schönes Bild. Ah, stimmt. Die heiße Quelle müssen wir wieder mitnehmen. Also, ein Fläschchen davon. Nicht vergessen, Tobi. Wow. Ist ja voll schön. Gut. Ähm. Ja, mal hier mal. So. Und zwar komplett alles. So. So. Ich mach meine Arschbombe durch das Dünne ein. Heiß. Hehehe. 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 Ist die, äh, Höhle neu? Ja. Also, natürlich ist die neu. Hier waren wir ja noch nicht. Deswegen, ähm, ja, haben die ja gebraucht für das Bild. Ähm, hocken wir uns mal in die heiße Quelle und, ähm, leere Flasche. Sehr schön. Wupp, 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 wupp. Und weiter geht's. Wupp, wupp. Hehehe. Da war das Emotion. Hehehe. Oh, schön. Ja. Eines Tages hab ich auch meine. Hehehe. So. Ich kenn einen, der ist von der anderen Seite. Alter. Echt jetzt? Das ist ja wirklich. Also, hier rein, hier rein zu kommen, das ist ja echt ein bisschen rebellisch, sag ich mal. Nett. Ah, ihr seid so doof. Hehehe. Hehehe. Ah, schön. Ähm, so, dann nehm ich mal die andere Seilrutsche noch, weil da drüben ist ja auch nochmal. Ne, ähm, heiße Quelle. Und dann gehen wir, äh, nochmal da runter. Dann gehen wir da runter. Hier haben wir hier nichts, hautes Weisés oder so? Und dann gehen wir da runter. Nee, bitte das finde ich sehr Platz. Und dann gehen wir da runter und dann gehen Sie zu demません und dann da unten. Und dann gehen wir da Monashael 조금, du молach wieder mal. Und dann gehen wir da unten zu mir. Und jetzt gehen wir bere giganticht auf. Und dann gehen wir auf. Untertitelung des ZDF, 2020